Hallo? Wach auf! Oh, hey, Jordan. Sei gefällig schon wach, wenn ich anrufe. Aber ich weiß nicht, wann Sie anrufen. Wann soll ich denn schlafen? Dann, wenn ich nicht anrufe. Ist das zu viel verlangt? Nein, das ist auf gar keinen Fall zu viel verlangt. Entschuldige. Die Bosslady ist heute wohl auf dem Kriegspfad. Am Mund. Am Mund. Wie immer. Bewegung! Ding Dong! Ding Dong! Mann! Ich glaube wirklich, dass ich der Firma helfen kann, wenn Sie mir eine Chance geben. Versuch einfach nur meine Assistentin zu sein. Waren Sie schon immer so gemein? Ich bin groß und ich bin reich. Also wer will mir was vormachen, Mäuschen? Ich wünschte, Sie wären in meinem Alter. Dann würde ich Ihnen was vormachen, Mäuschen. Ich wünschte, Sie wären klein. Ich sagte, verpiss dich. Was um Himmels Willen. Wo? Wie bist du von der zu der geworden? Gestern warst du erwachsen und heute bist du klein. Das ist nur was für Weiße. Schwarze haben keine Zeit dafür. Was? Ich bin vom Jugendamt. Das Kind muss in eine Schule, sonst geht jemand ins Gefängnis. Und mit jemand meinen Sie? John, für alle anderen bist du ein Kind, also benimm dich auch so. Geht wieder in die Arbeit! Was ein Kind ist das, dass ihr mit dem pinken Hosenanzug rumstaltiert? Du musst im Büro die Stellung für mich halten. Dann sollte ich mich dementsprechend anziehen. Dein Körper passt nicht in meine Sachen. Das sind Squads. Das ist Pilates. Und das sieht aus wie Babygap. Ich werde für dich einspringen, wenn du mich zum Creative Director machst. Sieh nur, wer auf einmal den Mund aufkriegt. Das ist ein Lehrer. Hi. Man sieht gleich, dass du eine besondere junge Lady bist. Sie haben mich durchschaut. Ja, ich glaube wirklich, dass ich dich durchschaut habe. Dann fühlen Sie dasselbe wie ich? Nein, das fühle ich ganz und gar nicht. Sieh mich nicht so an. Sieh einfach woanders hin. Da, sieh da drüben hin. Was ist denn jetzt los? Oh. Also bei dem nehme ich gerne Reizstunden. Wer bist denn du? Tja, ich bin April. Das A steht für aufgeschlossen. Denkst du, du bist mein Boss? Noch ein Wort, ich warne dich. Du bist zu fett für den Rock. Okay, ich habe dich wie ein kleines Mädchen behandelt, aber du bist eine erwachsene Frau. Wir haben hier eine BMW-Situation. Bleibt Mama wütend. Hör auf mich zu reizen. Ich hab dich gewarnt. Ja! Fangt an und versohlt eure Kinder! Sie erinnert mich an meine Mama. Ja! 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 Ja!